SEND YOUR CRINGY VIDEOS TO MIKE ON TWITTER AND T-PICS AS FAIRITE IN THE NEXT EPISODE OF CRINGY DINGY Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von CRINGY DINGY Ich hoffe euch gefällt hier mein neues Layout, was ich hier habe, wuuuh Und ja, wir folgen an! Brinkton, 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 Patrick, Gary, Gary Zehn Dinge, die man in Minecraft wissen sollte! Ja, hoffe ich mal, dass ihr alles weiß Hallo Leute, ich bin's, euer Nick spielt und der Renok 100 Den Renok hört man leider nicht, er wird einfach hier mitfliegen Fangen wir einfach auch mal an Zehn Dinge, die man in Minecraft wissen sollte Genauso ist es auch mit Glas, Redstone und Eif Oh mein Gott, der erklärt mir ne Spielmechanik Und auch genauso mit Büchern So, dann sind wir auf Zehn Dinge, die man in Minecraft wissen sollte Nummer 1 Denkt dran, dass die Bäume auch mit eurer Hand kaputt machen Gehen wir jetzt in die Nähe Und zwar solltet ihr niemals probieren in der Nähe zu schlafen In der Nähe Denn dann ist er in eure Bett Ja Nein, mein Stoff Gibt auch, ja, das schreibt er schon, BB YouTube Gibt mir auch einen kleinen Daumen hoch, wenn's euch gefallen hat Abonnieren nicht vergessen Und ja, beim nächsten Mal wird's besser Tschüss Bis zum nächsten Mal Was das für ne komische Aussage Ja, sorry für dieses Video, hier mein allererstes Video Nächstes Mal wird's besser Wieso kannst du dich jetzt besser machen, warum wird's erst nächstes Mal besser Ah, ah Oh, great, okay Oh nein Ich predicte jetzt eine richtig komische Stimme Vielleicht höher als erwartet oder so, das ist richtig kacke wird auf dem Fall jetzt sein Was ist es Yea Oldes 로 Wurde giant Armer Typ, er war einfach total nervös und konnte nicht richtig singen. Sind alle gut? Ja. Nein, alle sind alle rechts. Alter. Die fanden das unlustig. Ich habe jetzt noch mal versucht, den Rahmen fertig zu machen, dass er ein bisschen mehr reinzoomt. Ich hoffe, das passt jetzt. Hauen wir weiter. Das ist klar. Das ist klar. Ich weiß, was das geht in die Square hole. Und hier geht's weiter. Das ist das B quase auch. Das ist das Stupont. Und hier sieht das Stupont. Der andere ist das Thin Rectang. Das ist genau. Das ist es in die Square hole. Und hier sieht das, die ZOOM ganz über den 전 mindesten rein. Das geht in die SQUARE hole. Das stimmt. We also have this semicircle right here. Do you see a slot that would fit the semicircle? That's right, it's the square hole. Up next, the triangle. We know what hole that goes into, right? That's right. And up next, we have the arch. And you guessed it, it goes in the square hole. What the is this? Bro, is that a little girl talking? Bro, this shit is weird as hell. Bro, what are you talking about? Bro, that's probably a man, bro. What? Bro, clearly you can tell by her voice that it's a girl. Wait, hold up, hold up, hold up. This is a little cartoon girl talking right now. I'm trying to see this. Bro, how about the Rose Show ass? Hey, I'm judging you mad hard. Weird, bro. Bro, if you watch- anybody that watches this is f***ing weird, bro. Hey, just stay lame though, man. Hey, just stay lame, man. Now you know how we feel. Tomorrow. Yo, bro, you're a tutus f***er. Nevermind. trennen? Sure. Thank you very much for the very, very generous Red Super Chat. I'm very grateful. I'm still playing the game, but I'm just very glad. Nein... Why? Einfach aus dem Zimmer gehen... Einfach gehen! Ok, na- Guardiansraelis Who named the Silent? then you walked away Ihre Muttertouren von Elvis Presley Ich habe ein neues Son, Du, Du, Du in Deine Mom Du S Onion Der Cringe ist richtig los Cringy Skills Du 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 Mom, schau 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5 Ich bin total verwirrt, was ist das für ein Kanal? What the fuck sehe ich gerade? Why did you take us to his eyes? These are not his eyes. Au. Oh, 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 ahhhhhhh! Versuche nicht zu lachen, unmöglich! Das muss ich sowas von zensieren. schaut mal was ich kann ich bin jetzt eine spinne würdest du mich angreifen natürlich nicht weil ich bin jetzt eine spinne hast du deine tabletten schon genommen ich bin jetzt eine spinne auf der spitze zum thema fernweg das ist schon nicht mit ihm flirrt ich werde nicht flirrt das war schon knapp war schon lustig war es die echte sie sieht aus wie eine oma koppeldesigner hater können sich das nicht da ist denn 100k in aktien nach der korona krise weniger doch ist mir egal einfach warten oh ja we don't do that pro woche 6k monat 24 hälfte einkommenssteuer im monat 12k smartsteuer einfach online steuern ich hab fast keine haare scham florat hat wie ne usi eine lecken die andere lecken bei mir und ich nehme sie die sind über 18 deswegen gibt es meinen kok frisch einen frischen penis es ist der einzig wahre und der lange nicht dieser kleine nein der feine er ist frisch rasiert zwei eier die du vögelst kartons au ja natürlich wer nicht ja wer nicht ne oh mai im in 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 I got the best to plan, I am the A-Nine That's what I am, I am the A-Nine I am the A-Nine Ah, jaaah Oh Gott, dieser Mr. Incredible Uncanny Meme, ich bin da kein großer Fan von, ich find den irgendwie zu langweilig, den Meme. Es ist einfach nur, entweder fühlt sich gut oder fühlt sich schlecht, so wow, dafür brauchte man jetzt unbedingt den Mr. Incredible F- Oh, ich weiß, oh, content sexual, was? Nein, das ist real sexual, nein So sexual So fein Was? Was? Was ist? Was ist Maps? Was ist Maps? Das ist vorbei. I. Ja, wer wird da wohl dabei sein? Ja, Caillou. Boris. Boris. Brosi. Brosi auch. Da war das Family Guy-Haus. Ja, wer wird da wohl dabei sein? 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 Was ist das für eine Natsuki-Stimme? Was ist das für eine Natsuki-Stimme? Ja, wir müssen wissen, wo Monika ist. Ja, wer wird da wohl dabei sein? Wow, sie ist ein Natur! Spieler, erinnert mich, warum wir hier sind. Oh mein Gott, Among Us! Die hören sich an wie Ultimate Chicken-Haus-Charaktere. Oh nein, jetzt hat er was zu Kindern führen. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh, got it done. Oh, wow. Oh, can I do it. Nice for the princess to invite it over for a picnic. Ey, Luigi? Oh, Luigi, look at you, you're sweating, you're dripping, you can't go see a princess like this, let me use this absorbent cloth to soak up your moisture, there you go, oh, that feels nice, don't it? Oh, Luigi, oh my god, my goodness, you're getting everywhere. Oh my god, Luigi, wow, oh man, you're more oily than pesto. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Luigi, oh my god, what the fuck, wow, oh my god, Luigi, are you quite done? What's the matter with you? Oh my god, I'm so thirsty, Mario, I need to rehydrate, don't lose to those curses. Woah, oh my god, you're in trouble. Woah, oh my god. You better watch out, he's gonna suck you. Turn the game on and turn over. Don't let him jump scare you, jump scare ain't coming. Look out. Oh no. Ist er? Ist er? Ist er schon weg? Fast hätte er mich erwischt, ne? Ultra-realistic Garrys, Mann, da ist das Video. Warum ist das mein Humor? Das ist halt so ein Schluss. Uh-oh. Hello? Ssssup? No, I don't want to star 69. I blocked you for a reason. Y'all, I heard all y'all girls are lonely on this quarantine, baby girl. Yeah, we're all supposed to be social distancing. That was a meme, though. I saw that, too. You just recycle tweets all the time. Yeah, I recycle because I want this earth to last longer, baby girl. What it do? Ha, and our dicks. Dope, damn, all right. Yeah, yeah. You're really not original. Yo, why you hating me? Fred, why don't you spread them legs down right now? Ha, ha. Like Moses split the sea. Was that Moses? Can you stop telling people that? It's really embarrassing. I'm going to hang up. Yo, speaking of hung, girl, my roommate Nolan, he's hung as fuck, though. Guys. Yo. Nolan has a girlfriend, doesn't he? I tell you this every single weekend. I have a girlfriend. I've actually been getting a lot of work done. All my school homework is already done. and I filed my taxes twice. I mean, I've cleaned up after all of your guys' messes. There's white stuff everywhere. That's all gone. You said you're the girlfriend? Yeah, does she got friends down? Yeah, what? So, oh my God. The white stuff was conditioner. Oh, God. Jetzt wird's mal wieder schmutzig. Top 10. Spaß habt Dialoge Video. Nummer 10. We'll see you next time. Was the fuck? mir wird schon die ganze zeit übel muss es so einsenden weil youtube ist immer 18 schaltet na dann let's go ich kann auf der Station nicht schlafen ich verberne ich verberne ich verberne ich weiß nicht okay, ich habe nichts Penalte, Penalte ich habe kein Geld, ich habe nichts ich habe nur für ein Ticket ich gehe für die Polizei ich gehe für die Polizei bitte, warte, wir können etwas sagen, ich gehe nicht mehr, bitte nice girl nice girl wir wissen alle was jetzt passieren wird so, Strip ist genug? okay okay Strip ist genug? okay gut, dass ich das jetzt hier ein bisschen zensiere mit meinem Kopf besser ist, weil sie sieht gerade ihren Oberteil aus das kann man oh nein, das ist nicht ich gehe für die Polizei bitte, bitte, bitte also, was kann ich machen? blowjob warte, ich muss das nochmal sehen oh nein, das ist nicht ich gehe für die Polizei bitte, nein also, was kann ich machen? blowjob blowjob wie casual, wie schnell das alles so durchgeht klatsch ja ich will so wie wie we 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 das ja We're going to go.